Willkommen zurück, Leute! So, äh, nee. Hä? Die haben wir uns aber letztes Mal nicht ausgelockt. Hm, wo waren wir denn? Es ist komisch, dass der mich da bei der Schlange rauslässt. Das letzte Mal hier gespeichert. Immer her mit den Schäden. Hier waren wir doch letztes Mal, oder nicht? Oh, was ich vor. Ja. Oh, was du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ja. Amen. das war wieso gar nicht hier runter dürfen im im hr die 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 hier war der letzte mal oder? oh das war der hier mit diesem raum genau den wollte ich mir aufheben dann sind wir ja letztens erst hier lang gegangen ja genau hier war der raum wo ich zuletzt gespeichert habe hier war der raum wo wir zuletzt gespeichert haben ist sogar noch an oder? grüne lampe ist an wie er mich getroffen hat wie er mir ein komplettes herz abgezogen hat oder so eine wabe so wenn ich den jetzt ausmache dann kann ich gleich ausmachen den kann ich ja gar nicht ausmachen hmm hmm ja lol ja ja lol ist wirklich offen ok was haben wir denn da drüben ja da drüben war ich schon ne hab dann versucht hier auf das ding ruf zu springen hatte mir schlechter als recht funktioniert dann haben wir ein komplett anderer raum oder ich weiß wo wir sind ja genau ok wir sind letztens da oben lang gegangen habe ich noch gesagt dass wir diese feuerpantoffeln brauchen so darüber könnte ich jetzt laufen möchte ich aber nicht gehen wir zurück so ach hier sind wir ok ok alles klar irgend einer ballert hier noch rum ok er trifft mich aber ich ihn nicht machen wir das jetzt am besten ja so funktioniert doch nicht dann wieder falscher knopf ja 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 also ich spring erst mal hier rüber macht er erstmal Platz geht er mir wenigstens nicht auf den SACK, wenn ich einen Platz mache ok ein bisschen money was sehen habe ich denn überhaupt 56 71 brauche ich jetzt ok von hier aus kommen wir nicht rübergeklettert oder wie oder was ich weiß nicht warum aber es klappt ich weiß nicht warum aber es klappt aber hier paar bei 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 Oh, 11 von 11, nice. I like. 11 von 11, sehr schön. Ah, okay. Gut zu wissen. Jetzt fährt er da die ganze Zeit rum. Ich habe es schon anders gelöst, ohne den Schalter. Können wir natürlich noch gucken, was es hier sonst noch so schönes gibt. Wo war ich schon drin? Hier unten ist nichts. Ich komme ja auch gar nicht mehr hoch, was? Das ist ja auch clever, dass man hier nicht mehr hochkommt. Nee, muss ich mich noch mal porten? Bei dem Weg da oben? Ich war der Meinung, dass wir da auch nicht mal weitergehen durften. Jetzt muss ich da jetzt noch mal gucken. Das war die Tür. Und ich glaube, wir durften noch uns ranhangeln. Gucken wir uns nicht ranhangeln. Ich muss das kurz abchecken. gut, okay. Gut. Ich glaube, dass ein Geil ist. Hote Hose hier. Hm, das hier ist aber fettisch. War hier noch etwas feuermäßiges? War hier noch etwas feuermäßiges? Oder da? Oder hier? Ja, unten, ne? War hier unten oder irgendwas? Naja, weil die sind dann mir schon mehr für komische Viecher. Manni! Hier gibt's Manni! Manni! Nee! Die wollen ja jetzt nicht ernsthaft, dass ich da hochgehe. Wie ne so ne Schillischote. Boah, die hätten's doch so machen können, dass man sich da hochklettern, hochzieht. Wäre das zu viel gewesen, ja? Oh, nice. Oh, nice. Das ist mir ja auch mal. Oh, okay. Okay. Es ist nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier gibt es sogar zwei, guck mal an! Instant first tryer. Moment mal! Da hinten noch so viel Zeug ist, dann gucke ich erstmal hier. Da hinten noch so viel Zeug. Nicht mein fucking Secret. Nichts. 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 Wieso wollen sie sich ja wieder zurückgehen? Ich sitze Das war jetzt aber nicht so nice, anscheinend muss ich da springen Das ist ein langer Weg, hier ist ein kurzer Ist ja hier auch ein recht einsamer Job Keine Fenster, nichts Feligiana Sind wir hier? Wo sind wir hier? Zwei von zwei Ach, wir sind nur bei der Kathedrale des Schmerzes, okay Ich bin hier 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 Begins. Begins. Das ist alles für eine Seele und ein Ziel. Warum denn nicht, oder? Gut, war immer. Also hier haben wir jetzt alles, hier haben wir noch gar nichts. Hier haben wir alle. Hier fehlen uns noch zwei, hier fehlen uns zwei, hier fehlen uns ein. Hier fehlen uns drei. War das jetzt hier richtig? Nee, ich wollte was anderes haben. Das war nicht das Richtige, ne? Ja, wohl doch. Weil ich jetzt hier unten langlaufen kann, genau. Aber irgendwo hatten wir auch noch eine Stelle gehabt, ne? Da war ja auch noch so eine Shelly-Schote. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. 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 Ich bin nur zum abkürzen, oder? Okay, dann wollte ich ja hier erst mal nie mehr hingehen dann. Das ist ja praktisch. Glaube ich. Das ist ja praktisch. Oh! Yes! Nein, gleich die zweite. Nice! Eine noch, okay. Eine noch. Genius! Gut, dass ich hier noch mal lang bin. Die Chilischote sehe. Moin, Sandia! Danke für den Lörg und viel Spaß! Uh, hier darf ich noch nicht lang. Aber ich kann ja immer noch nicht schwimmen, ne? Ne, Feuer, Wasser ist immer noch nicht erlaubt. Okay, dann wissen wir, Tim ist schon mal wo da. Die Nummer 13 ist Feuerwasser also. Immer zurück? Immer zurück? Ja! 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 ! Da hast du das, oder? Ja! Ja! Na sowieso, damals kannst du es dir vergangen. kommen. An die hier komme ich zum Beispiel gar nicht ran. Wären aber acht Stück von den Elf. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo die vierte sein soll. Hier haben wir jetzt zwölf. Hier könnte ich noch mal gucken gehen, da wir jetzt ja über das Lava laufen können. Da habe ich alles geholt. Hier weiß ich nicht. Hier haben wir noch gar nichts im Maschinenblock. Hier habe ich jetzt geholt. Beim Spielzimmer fehlen uns auch noch zwei. Beim Tempel der Prophezeiung fehlen uns auch noch zwei. Hier kommen wir aber im Moment nicht weiter. Ja, das einzige was mir jetzt vielleicht erstmal einfällt wäre, entweder Tempel des Feuers nochmal abzuschecken oder hier Asyl beim Tor. Sieben von zwölf. Ich meine, da sind noch fünf Stück. Checken wir mal. Vielleicht kommen wir da hin, vielleicht auch nicht. Einfach mal gucken. Nice, wie man hier direkt reingespawnt wird. Wie man da direkt reingespawnt wird. Ja, wie gesagt ne, also elf singen brauchen wir jetzt. Die sollen wir mal checken, wo die sein sollen. Checken wir erstmal diese Seite. So. 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 Ich hab's... Ups! Geh weg! Geh weg! Können wir hier aber auch noch so hochziehen oder? Links oder rechts? Die Geräusche... Die Geräusche... Die Geräusche... Die Geräusche... Die Geräusche... ... Die Geräusche... ... Die Geräusche... 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 Die Hutsch. wo wir denn jetzt sind die nächste seele sehr schön sehr schön sehr schön progress leute progress ich hab's ich hab's ich hab's wir haben immer noch diesen einen minibus ich hab's warum hab ich gemacht denn dieser komischen spiel hallo spielwelt spielzimmer musst du dich anvisieren ne ne hab ich überbewertet anzuvisieren mich wirst du dich vor allem dich schuss die 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 schuss sind die die ok holen wir uns jetzt erstmal das Ding da oder gehen wir erstmal weiter 10 von 12 mit Vorschlägen wir gehen weiter und holen die dann danach ja gucken wir uns jetzt nämlich nach vorne perfekt perfekt was haben wir denn hier hinten kurz gucken wenn es weitergeht hier ist eine Ladezone am Chant ich lasse es brauche ich lasse es brauche ich lasse es brauche ich lasse es genau da wenn es so ist können wir jetzt auch da runter und dann haben wir das Schmuckstück auch nice 12 von 12 sehr schön da muss ich schwimmen können was ist das weiß ich noch wir haben auch nicht mal einen Weg gesehen oder ich muss mal gucken gehen da sind wir auch noch nicht weiter gekommen da muss ich ich glaube da muss ich auch schwimmen hier war wer war hier der Lava Weg also dass die heißen Sohlen reichen oder ich muss schwimmen von beiden weiß ich nicht mehr da bleibt ja nicht mehr viel übrig sechs Stück sechs Stück ein zwei ne hier komme ich nicht ran fünf hier zwei und hier zwei könnte gerade so klappen mal mit den 71 das soll da vielleicht weiter kommen aber habe ich nicht eh noch vier Level 7er Türen gehabt soweit ich mich erinnere hatten wir ja bloß die das schon die 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 Level 6 Türen aufgemacht aber nicht die Level 7 Türen denn unser sind wieder denn unser sind wieder ja meine Mission Sima siehst du gleich um die Ecke ooooooh ich krieg jetzt die Trommel das wird mir sicher von Nutzen sein krieg den Schläger für die Trommel Matheo oh ist auch ein Zauber und der GONG Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, warte mal, wenn wir jetzt hier die Trommel gekriegt haben, dann gehe ich tatsächlich nochmal hier rein. So, hier haben wir nämlich auch ein paar Trommel gebraucht. Was wird's tun jetzt hier? Jetzt werden die jetzt bis zum Eingang kommen. Und jetzt bist du in den Eingang geflogen, oder wird's? Äh, ja, ernst der? Zwei Schuss? Oh, mir geben wir noch zwei Schuss? Oh ne, die war schon angeknackst. Das ist ja frech, dass die Gegner da dann wieder spawnen und dann vielleicht sofort angeschissen kommen. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Ey, also hier können wir auch schon Trommeln. Ich bin sofort verschwindet. Ohne Animationen nichts. Hup, der Gesicht. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Ich bin sofort auf der Seite. Ja, mal gucken wat'n hier drin ist. Entweder Geld oder... Geld. Warum Nummer eins? Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff.